Millionen Menschen wünschen sich eine höhere Rente. Mein Name ist Peter Knüppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, das wäre doch mal was, wenn der Gesetzgeber endlich auf den Gedanken kommen würde und würde in Deutschland einfach eine höhere Rente einführen oder die Berechnungsgrundlagen für eine höhere Rente verändern oder vielleicht eine 13. und 14. Monatsrente wie in Österreich einführen. Und der Deutsche Gewerkschaftsbund hat eine Umfrage gestartet und hat mal unter Arbeitnehmern gefragt, ob sie sich denn eine höhere Rente wünschen und wenn ja und zu welchen Bedingungen. Und die Ergebnisse der Umfrage waren ganz interessant. Die meisten Befragten haben gesagt, ja, wir wollen eine höhere Rente haben. Wir sind aber auch gerne bereit, dafür höhere Beiträge zu zahlen. Aber wir sind nicht bereit, dafür länger zu arbeiten, meine Damen und Herren. Und das war ein ganz interessantes, klares Ergebnis, dass also über eine längere Lebensarbeitszeit hier keine höhere Rente gewünscht wird, sondern über höhere Beitragsleistungen und Beitragszahlungen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Gesetzgeber, wenn man also so eine Umfrage hat, sollte der Gesetzgeber schon mal genau hinhören und das nachlesen und sich mal Gedanken darüber machen, ob man nicht möglicherweise die Beitragsbemessungsgrenzen in der gesetzlichen Rentenversicherung deutlich erhöht. Und gegebenenfalls sogar, ist auch kein Geheimnis, dafür stehe ich auch, den Rentenbeitrag von derzeit 18,6 Prozent auf 21 Prozent jetzt schon anhebt, aber dann so, dass der Arbeitgeber einen höheren Anteil an dem Rentenversicherungsbeitrag zu leisten hat. Das würde nämlich dazu führen, dass wir mehr Beiträge, mehr Beitragsaufkommen in die gesetzliche Rentenversicherung einspielen und dann natürlich auch höhere Rentenleistungen für die Zukunft bezahlen könnten. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Arnasium